Ich heiße Kaja Engel und wohne hier in Schilgsee. Wir liegen sozusagen oben auf einer Stellküste und ja, ich weiß gar nicht wie viel Meter, vielleicht zehn, 15 Meter über dem Meer. Das hat das ganze Bild hier auch von Anfang an geprägt. Das hat sich im Laufe der Jahre, die wir hier verbracht haben, verändert und das Meer ist etwas näher gerückt. Das war keine kontinuierliche Entwicklung. Also als wir hierher gezogen sind, war das erst mal so eigentlich auch kein Thema, über das man sich große Gedanken gemacht hat. Das war damals alles ein bisschen anders geplant. Und dann kam aber, also 76 sind wir, glaube ich, hierher gezogen und dann kam 78, 79 die Schneekatastrophe und da ist hier richtig viel runtergegangen. Und da hat man das so ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Und dann war es immer mal so, dass eben in bestimmten Wintern mehr abging und in anderen weniger. Und ich glaube, es ist jetzt mehr so, dass es nicht mehr diese Abbrüche sind, weil unten ausgespült wird, sondern dass es auch ein bisschen von oben abrutscht, weil so viel Regen und Vernässung da ist. Das war halt ursprünglich anders geplant. Das war halt mal so geplant, dass die Molen weiter durchgezogen werden. Die ganze Nachbarschaft ist in dem Thema gut vernetzt und sieht das irgendwo kollektiv. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier alle in Panik wären. Also so groß ist die Angst jetzt nicht. Und jetzt gibt es schon den Gedanken, dass wir sagen, gerade im Zuge jetzt der aktuellen Debatte um Küstenschutz und Klimaanpassung wäre das schon ein Thema, das man doch mal ins Auge fassen sollte. Um jetzt, hier ist nicht ganz akuter Handlungsbedarf, aber mittelfristig vielleicht schon. Ja. 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 Ja.